Ich möchte euch gerne Ben vorstellen, der kommt vom Tempo e.V. heute und möchte auch ein paar Worte dazu sagen. Ich möchte euch gerne fragen, warum es so lange dauert, bevor die Polizei reagiert in der Fall von Jimmy. Es dauert sie mehr als vier Tage zu kommen und schreiben eine offizielle Statement. Und wir fühlen, als Kenyans, unsere Rights und als Africans und als Minority Groups in Berlin und Germany, wir haben wirklich wirklich gemütlich, und unsere Rights haben wirklich misused. So, together in Solidarity, today we stand for Jimmy and for other cases that have still been taking place in Germany and in Berlin. Together, again, it's racism. Say hi! Solidarity, we stand together! Solidarity forever! Solidarity forever! Solidarity forever! Give Dora! Con and Cao! Overcome! Thank you! Thank You Ben.